Ja, hallo, ich bin der Rainer, ich bin 60 Jahre alt und war über lange Jahre als Coach selbstständig tätig. Mittlerweile habe ich mich ins Privatleben zurückgezogen. Und ja, Christian kenne ich seit über zehn Jahren, noch aus einer Zeit, als er selbst als Dozent für andere unterrichtet hat. Und bei einem dieser Börsenseminare war mir damals schon aufgefallen, dass er sehr gut erklären und eingängig Wissen vermitteln kann. Und ja, ich selbst bin seit über 15 Jahren an der Börse tätig, mal mit sehr unterschiedlichen Erfolgen am Anfang. Und das war auch teilweise frustrierend. Und ich habe mittlerweile allerdings meine Nische gefunden. Das habe ich auch dem Christian zu verdanken. Denn nachdem sich die Spur zwischendurch mal zwischen uns verloren hatte, habe ich ihn dann wieder neu gefunden, als er sich selbstständig gemacht hat. Und mit dem Optionshandel. Und das ist auch das Thema, mit dem ich unterwegs bin an der Börse und mittlerweile mit sehr guten zweistelligen Jahresergebnissen. Bin damit sehr zufrieden und kann also nur empfehlen, was Christian auszeichnet gegenüber anderen Anbietern. Ich habe mittlerweile ja auch einige andere Seminare besucht, ist, dass er sehr, sehr rasch und eng betreut. Rasch in Bezug auf die Umsetzung von Problemen. Sei es mal, dass man mit der Plattform, mit der Bedienung nicht mehr weiterkommt, also ein technisches Problem hat. Oder aber, dass ein Indikator angepasst werden muss mit einer erweiterten Programmierung nach eigenen Vorstellungen, die man so nicht findet. Also da hat Christian mir immer weiterhelfen können. Und mittlerweile ist es so, dass ich auf Grundlage seines Wissens meinen eigenen Stil gefunden habe. Und heute tauschen wir auch Ideen aus und dann kommt mal eine Anregung von mir, die er aufgreift und vertieft. Und es ist immer noch so, dass ich weiter viel lerne bei ihm. Und ich bin sehr froh, dass er weiter meinen Weg begleitet an der Börse. Und das macht super viel Spaß. Und ich kann also nur empfehlen, probiere es einfach mal aus. Tschüss.